Was ist am Anfang des Videos so entscheidend? Im Idealfall? Kurze Sacksecken. Ja genau. Das musst du dir vorstellen. Irgendwann wissen alle, dass Videotraining für Social Media funktioniert. Funktioniert hervorragend. Einverstanden? Ein bisschen improvisiert. Kann sich auch niemand merken. Ja. Was du eigentlich möchtest hören, ist... Ich bin Regula. Von Volker Zwil. Sie kennen dich. Nein. Mir hat auch schon eine Person gesagt, deine Videos nerven. Ja, das ist so doof. Alle sagen das gleiche. Stimmt. Ich gehe einfach mal weiter. Go away, go away. Wolltest du dir vorstellen? Das bin ich geflascht. Könnte ich wahrscheinlich auch mal tragen. Das heisst... Jetzt weiss ich nicht mehr. Für das sind wir ja da.